Hallihallo, hier ist wieder Shoninia. Es geht weiter mit Starcraft 2, Heard of the Swarm. Und wir sind immer noch auf dem Urplaneten der Zerax, Zerus. Und Zagara hilft uns gerade und beschützt den Leviathan. Wir hatten zuletzt unsere Verwandlungen abgeschlossen und sind jetzt noch mächtiger als jemals zuvor. Vor allem als die letzte Königin der Klingen. Und müssen jetzt uns den Anführern widmen. Was du heute kannst besorgen? Und wie wir sehen, sind wir bisher alleine auf der Karte. Meine Königin. Neue Form. Mächtig. Ich kann sehr hoch springen. Feinde niederschlagen. Schwerer Schaden. Sprungangriff. Kerrigan springt auf ihr Ziel zu und fügt ihm 150 Schaden zu. Kann auch ohne ein Ziel eingesetzt werden, um sich schnell fortzubewegen. Passiv plus 10 Schaden. Passiv Angesreichreite um 3 verringert. Aha. Dieser Planet gehört mir. Macht euren Frieden. Neue offensive Fähigkeit. Psi-Verschiebung. Vorwärtspreschen. Kreaturen im Weg vernichten. Psi-Verschiebung. Kerrigan stürmt die gegnerischen Reihen und fügt allen Gegnern auf ihrem Weg 50 Schaden zu. Wie, wie haben die? Ach, kann ich ja nicht gucken. Schade. In Fähigkeit warm. Wir passen uns an. Wir kennen keine Grenzen. Dieses Relikt, ursprünglich von Xel-Naga. Beherbergt genetische Informationen. Wichtig. Ur-Schaden helfen. Sie bekämpfen Jagdras Brut. Okay. Also erstmal zu unserem Quest. Töten Sie den Rudelführer der Ur-Zerx. Drei Stück an der Zahl. Das war einmal so eine Schabe. Dann, ähm, ach, jetzt bleibst du automatisch von einem. Ach, ich muss ja einfach nur durch, so wie es aussieht. Neue Form kann Essenz beeinflussen. Sich selbst und nahe Zerg heilen. Ich werde Vergeltung üben. Achso, das muss ich manuell machen. Ah, alle im Umkreis. Das ist ja geil. Sprich. Gewagt. Wir passen uns an. Aber bloß, sie werden immer noch geheilt. Achso, das bleibt. Regeneriert Trefferpunkte. Ah, jetzt ist es weg. Es ist Zeit. Dieser Planet gehört mir. Die Eroberung geht weiter. Wir kennen keine Grenzen. Regeneriert sich Kerrigan eigentlich auch schneller. Eingegrabenen Zustand. Deine Königin lauft. Die Knechter noch raus. Der Schwarm erobert alles. So, was haben wir denn da? Eine weitere... Ein weiteres... Artefakt von Xel Naga. Ein Relikt. Ich bin der Schwarm. Was ist es diesmal? So, hier gehe ich einzeln rüber. Geht ja auch nicht anders. Was du heute kannst besorgen? Eure Frieden. Hey, wir sind Level 40. Der Schwarm erobert alles. Wir passen uns ab. Ja? Das hat sich ja gelohnt, dass ich hier oben langgegangen bin. Wir kennen keine Grenzen. In der Reihe gehe ich ja immer da lang, wo ich nicht lang soll. Aber hier scheint nichts zu sein. Was du heute kannst besorgen? Nichts? Es ist Zeit. Nö, es geht jetzt nur hier lang. Der Tod erwartet dich. Dieser Planet gehört mir. Oh nein, eine meiner Schaben ist gestorben. Gewagt. Deine Königin lauscht. Begeberer Untergrund, ja. Der war gerade nicht da. Was ist es diesmal? Schließt euch mal an. Nee. Wollen die immer die kleinen Viecher angreifen? Ach, das ist ja Urinstinkt sicherlich. Der Wurme. Anführerin des verfälschten Rudels? Nein! Ist das Angst, Jagdra? Du weißt, dass du nie eine Chance hattest, oder? Deine Veränderung bedeutet gar nichts. Ich werde das Fleisch von deinen Knochen schmelzen. Der Schwarm erstirbt. Schwärschling. Töntet sie alle! Also ich mich frage, ist... Ja, da liegt Eier! Zerstört sie! Du bist mir im Weg. ...den einer von diesen Urzerk... ...in dieser Suppe gebadelt hätte, wo ich gebadelt habe. ...die dann auch so überstark geworden wären. Schade, wären es mehrere kleine gewesen, hätte ich ja auch nur eine Sprint-Attacke machen können. So. Der Wurme. Spür den Zaun des Schwangers. Stillhalten! Der Strahl war stark. Uh, und sie wird noch stärker. Und die Karte wird noch größer. Was du heute kannst besorgen? Wir kennen keine Grenzen. Was ist es diesmal? Minsk wird leiden. Minsk. Ich bin der Schwarm. Wir passen uns an. Der Schwarm erobert alles. Na, die schließen sich mir doch bestimmt an. Mehr von meinem Horde. Ura Hydralisken. Macht euren Frieden. Die E- Oh, schnell! Vernichtet die Eier, bevor sie schlüpfen. Kümmert euch zuerst um die Großen. Ich bin der Schwarm. Du bist mir im Weg. Oh, jetzt ist eine Hydralis gestorben. Ich wollte gerade heilen. So, und das Vieh ist genau dann ausgestürzt, als es zerstört worden wäre. Macht euren Frieden. Was du heute kannst besorgen? Wir passen uns ab. Keine Gnade. Ich bin der Schwarm. Die Eroberung geht weiter. Der Schwarm erobert alle. Tja. Fails Udi. Mir nichts entgegenzusetzen. Gewagt. Was du heute kannst besorgen? Da hinten ist wieder eine andere Fahrer. Dieser Planet gehört mir. Oh, das ist schön. Kaum ist man an einer hohen Position, wir passen uns ab. Überblickt man gleich alles. Wir kennen keine Grenzen. Macht euren Frieden. Die Eroberung geht weiter. Ich bin der Schwarm. Wir verzehren alles. Gewagt. So, jetzt aber. Der Schwarm erobert alles. Keine Gnade. Ich führe deine Angst. Du bist mir im Weg. Aber einer, was ist schon einer? Wir passen uns ab. Oh, da fehlt nur noch eins, der Xana, Xanaga-Religte. Die Eroberung geht weiter. Dieser Planet gehört mir. Ich bin, glaube ich, gleich beim nächsten Boss. Ich bin der Schwarm. Oh, das war nichts. Ich habe doch eigentlich vor, was anderes zu machen. Ihr habt mich dazu gezwungen. Oh, sie heizt sich ja sogar selber damit. Und es kostet nur 30. Der Schwarm erobert alles. Also momentan ist Carri-Gern echt unsterblich fast. Gewagt. Wir kennen keine Grenzen. Ich fühle deine Angst. Die Eroberung geht weiter. Macht eure Frieden. Ich bin der Schwarm. Vor allem, wie schnell auch mein Mana wieder auflädt. Dieser Planet gehört mir. Da liegt eine Arm. Was du heute kannst besorgen? Und da scheint irgendwas zu sein. Macht euren Frieden. Hä? Wir kennen keine Grenzen. Kann ich damit was anfangen? Was du heute kannst besorgen? Ich speichere mal kurz und greife den Arm an. Wer weiß, ob das was bringt. Sprich. Ich bin der Schwarm. Er blutet immer noch stark. DHK ist rechter Arm. Mengsk wird leiden. Wie heißt denn mein nächster Boss? Kann nicht. Der Schwarm erobert alles. Mhm. Gewagt. Der Schwarm erobert alles. Es ist Zeit. Wir kennen keine Grenzen. Nix, Boss. Unsere Schildkröte. Wir spüren eine Stärke. Du bist es wert, getötet zu werden. Du bist ich. Du bist es. Nei.